ein wunderschönen herzlich willkommen meine liebe kuniomidi hier ist euer mister während wie über außen eingebild die nacht ist vorbei und wir haben natürlich wieder ein herzliches wochenende noch fällt den schnee noch sind wir da wie ihr seht ich habe ein neues intro und dieses intro habe ich nicht selber gemacht es hat mir ein profi erstellt ich werde von denjenigen natürlich seinen kanal verlinken wenn ihr wollt könnt ihr ihn gerne natürlich abonnieren oder kontaktieren oder eben halt eben dann fragen nach dem intro gerne kennt er das gerne machen ist naja also da kennen ihr nun nicht persönlich muss ich gleich dazu sagen haben über facebook kennengelernt da ist er auch zugange und der macht so rap music mit noch ein paar kollegen zusammen und ja ich hab da bei so einem event spielen teilgenommen und hab natürlich dann mein intro gewonnen dadurch so war eine glückliche sache und schöne ding werde ihm wie sagt verlinken und heute dann noch eine andere geschichte für all die jenigen die schon mal den call of duty gespielt haben werde ich da auch noch mal einen link reinsetzen in meinem video könnt ihr auch mal drauf klicken mein sohnemann der spielt er auch gerne über die ps3 call of duty schaut einfach mal vorbei über ihn und wenn ihr euch gefällt die videos von ihm ist ein like da oder ein abo natürlich würde ich mich auch über ein abo freuen oder über ein like ganz klar ich freue mich natürlich auch ja jetzt weiter mit denke online keine ahnung also fakt ist ja güte badem ja geht ja auch mal weniger der hat jetzt schon körper zwei wochen oder drei wochen den tanki online mehr rausgebracht der macht so eher so real life und naja ob man clickbait dazu sagen kann keine ahnung aber da versucht natürlich auf real life da ein bisschen was zu machen immer wer weg von tanki online weil ihm das mit wenig spaß macht genauso wie mich das ja auch schon langsam nervt ich werde natürlich versuchen wöchentlich meine tanki online let's face weiter zu machen ab und zu mal was neue versuchen über konsolentechnik da habe ich ein bisschen zu machen aber natürlich nur über xbox weil ich habe den xbox wieder hin und ja schauen wir mal wie weiter geht würde ich sagen und ja lassen wir uns überraschen wo die zukunft hingeht ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen schauen wir mal wie gesagt immer so schön die zukunft ist noch nicht und somit steht es noch nicht fest wir können nur die beste daraus machen ihr macht es besser als ich ja auf jeden fall wer möchte kann wie sagt mir meinen kanal abonnieren und ja dann schauen wir mal politisch an wer weiß wo es weiter geht welche waffen ich noch ausprobieren werde keine ahnung werde dann halt versuchen die neue art rallye auszuprobieren noch wenn sie nicht so ganz so extrem teuer werden sollte habe es aber schon probiert auf den testwerfer bekommen habe es mir nicht aufgekommen jetzt gerne noch mal probieren und wenn er mich auf der straße erkennt kennt er ruhig grüßen und sich an tratschen nicht nicht der link habt keine angst davon und ja dann sehen wir uns irgendwann mal wo die gang oder lesen ist mein tanki online könnt auch gerne mich anschreiben ob wir mal eine runde zocken wollen können dürfen wie immer da bin ich auch vorhanden unter den namen mister bernd im 19.70 die selbst ordner sein und mich gerne anschreiben ob wir da mal eine runde zocken können den link und dann sehen wir uns und wünschen uns und so weiter und so fort und dann sagen wir auch bis dann ciao 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 ciao